Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 24. Mai 2018? Sonne befindet sich in Tierkreis zeichnen Zwillingen und bei Sonnenaufgang geht die Tierkreis zeichnen Zwilling in Osthorizont auf. Das bedeutet für die Zwillingsgeborenen sehen und gesehen werden, bedeutet auch die Wahrheitssuche oder etwas ins Licht zu bringen. Das sind die Bedürfnisse, die Zwillingsgeborenen. Aber die Zwillinge zeigen uns etwas, weil die Sonne beleuchtet, gerade diese Tierkreis zeichnen und vermittelt uns alle etwas. Und dazu ist eine Geschichte. Und diese mythologische Geschichten haben symbolische Bedeutung, aber sie beschreiben die Sternenhimmel. Das ist Märchen für uns Erwachsenen. Es gab einmal eine Königin, eine wunderschöne Frau und sie hieß Leda. Und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verliebte sich an Leda. Das Problem war aber, dass Leda verheiratet war mit dem König von Sparta. Das hat Zeus nicht gestört und verführte Leda und Leda wurde schwanger. Abends kam ihr Mann nach Hause, der König von Sparta. Und Leda hat auch mit dem König geschlafen, wurde auch schwanger. Natürlich, das ist nicht das, was die Sonne uns beleuchtet als Beispiel. Aber wir nehmen das mal so in Kenntnis. Und das hat eine andere Bedeutung. Leda gebar die Zwillinge Castor und Polux. Und diese beiden, Castor und Polux, sind die Hauptsternen in Türkreis, zeichnen Zwillingen. Castor war der Sohn von dem König, also war menschlich und sterblich. Polux war der Sohn von Zeus, also göttlich und unsterblich. Und dann kam der Tag, wo Castor sterben müsste und Polux wollte nicht seinen Zwillingsbruder alleine lassen. Die sind immer verbunden. Und Polux ging zu seinem Vater, zum Zeus, zu dem Himmelsgott und sagte zu ihm, ich kann meinen Bruder nicht alleine lassen bei Sterben. Ich möchte auch sterblich sein. Gib mir bitte die Sterblichkeit. Zeus hat berührt diese Rede und hat zu beiden die Unsterblichkeit geschenkt. Und Zeus hat die beiden, auch Castor und Polux, im Himmel gesetzt. Und die sind die Hauptsternen in Türkreis, seinen Zwillingen. Und diese Geschichte erzählt uns etwas Wichtiges. Die Zwillingsgeborenen zeigen den Weg zum Göttlichen. Die Zwillingsgeborenen zeigen den Weg zu unserem höheren Bewusstsein. Die Zwillingsgeborenen zeigen den Weg zur Verbindung, zum Schöpfung. Und das sollen wir mal verinnerlichen. Und genau das ist das Thema, was die Sonne uns alle beleutet. Damit bewusst zu sein, dass wir ein Teil von der Schöpfung sind. Und auch wenn unsere Wahrnehmung etwas begrenzt ist, trotzdem sind wir mit dem Göttlichen, mit der Schöpfung in Verbindung. Astrologisch beschreiben wir, dass unser Planet Erde in der Tierkreis zeichnen Schütze bewegt. Mond hat eine zunehmende Mondphase und bewegt sich im Grenzbereich zwischen Tierkreis zeichnen Jungfrau und Tierkreis zeichnen Waage. Mond hat einen Einfluss von Schiff-Argo. Dieser Schiff-Argo ist ein ganz großes Sternbild im Himmel. Und mit diesem Schiff sind die Argonauten gefahren und haben die goldenen Felder wieder geholt. Natürlich hat das auch eine symbolische Bedeutung. Wieder symbolisiert der Neuanfang. Und egal, was wir beginnen in unserem Leben, sei es ein Umzug oder ein neuer Arbeitsplatz oder ein Vertrag unterschreiben oder eine neue Beziehung oder eine neue Begegnung. Alles, was wir neu beginnen, ist wichtig, mit welchem Energie wir starten. Auch die kosmische Energie, aber auch unsere eigene Energie, weil wir haben ein Energiefeld. Und dieser Energiefeld oder Aura kommt von unserem Inneren. Und das besteht aus Denken und Fühlen. Und natürlich wirkt es. Erstens ist es unsere Ausstrahlung und es gibt ein kosmischen Gesetz, die Anziehungskraft. Alles, was wir ausstrahlen, ziehen wir auch an. Aber es ist wichtig, auch mit welchem Gedanken, mit welchen Gefühlen starten wir etwas. Dazu kommt auch natürlich die Zeitqualität, mit welchen kosmischen Einflüssen wir etwas starten. Weil in diesem Neuanfang, in diesem Augenblicke, ist gespeicherte Information. Hermann Hesse schrieb, in jedem Neuanfang wohnt ein Zauber inne. Und das passt auch. Genau so ist es auch. Und damit wir dieses Energiefeld haben, beim Neuanfang, was die Tiergräu zeichnen, wieder symbolisiert, natürlich brauchen wir die goldenen Felder wieder. Das hat auch eine symbolische Bedeutung. Warum gerade Gold? Das hat einen Bezug zum Sonnen. Und das ist die Ausstrahlung, wie ein Sonnenschein. Und wir brauchen bei Neuanfang, Besonderes bei Neuanfang, wir sollten vielleicht immer darauf achten, aber Besonderes bei Neuanfang, wie Sonnenstrahl, mit dieser Fröhlichkeit, mit dieser Begeisterung, mit dieser Herzenswärme und Optimismus und Klarheit, mit dieser schöpferischen Kraft etwas zum Starten. Und auch das Gefühl dazu. Die Kraft ist die Sonne, das Gefühl ist die Mond. Das ist mal ein guter Anfang. Und das symbolisiert diese Schiff-Argo. Dass wir diese Ausstrahlung, diese Farbe Gold holen sollen von Wider. Warum gerade von Wider? Weil das symbolisiert den Neuanfang. Und das ist wichtig. Mit welchem Energie, mit welchem Zeitqualität wir etwas starten. Und das zeigt dieses Sternbild Schiff-Argo, dass wir in diese Richtung bewegen sollen. Weil es wird eine Bewegung kommen. Die heutigen Tage sind wir in einem Grenzen. Das heißt, etwas geht zu Ende und kommt etwas Neues. Und in dieser Übergangsphase befinden wir uns gerade. Das ist auch die Mondenergie, aber auch, dass die Mond gerade im Grenzen bewegt, zwischen Jungfrau und Tierkreis-Zeichnen-Wage. Und noch ein Hinweis dazu. Pluto und Lilith steht in Verbindung in Tierkreis-Zeichnen-Steinbock. Lilith ist zwar kein Himmelskörper, hat trotzdem einen großen Einfluss auf unserem Leben. Es ist ein Schnittpunkt im Mond-Umlaufbahn, ein Energiefeld. Und das zeigt an unserem Sehnsüchte und Wünsche und unserem Träume. Und hat einen Einfluss auf unseren Gefühlen. Und steht jetzt mit einem rückläufigen Pluto in Verbindung. Rückläufigkeit von Pluto bedeutet auch Vergangenheit. Ein Rückblick in Vergangenheit. Was müssen wir dann noch loslassen, verabschieden, von etwas trennen, damit wir etwas Neues beginnen können. Wir starten nicht sofort etwas Neues. Das wäre vielleicht übertrieben oder wäre nicht der richtige Zeitpunkt oder wäre unüberlegt. Sondern jetzt sollen wir für einen Moment stehen bleiben, zurückblicken, was stört, was sollen wir noch aufräumen, dann aufatmen und dann etwas Neues starten. Das ist gerade diese Übergangsphase, was den heutigen Tag vermittelt. Wir stehen kurz vor Neuanfang, aber wir sollen noch Rückblick nach zurück schauen. Was ist noch da, was wir befestigen sollen, weil das wichtig ist oder welche Kontakte uns helfen und wovon sollen wir verabschieden. Oft handelt es sich auch um Gefühle wie Schuld, Gefühl, Zweifel und Angst. Aber wir haben eine tolle Verbindung zwischen Sonne und Mond. Wenn die Mond übergeht in Tierkreis zeichnen Waage, steht in Harmonie zu der Sonne. Und dann kommt auch die Marsenergie auch dazu. In Tierkreis zeichnen Wassermann drei Luftelementen verbinden sie sich. Sonne im Zwillingen, Mond im Waage, Mars in Wassermann. Ein sehr kraftvoller Energiefeld. Aber nicht stürmisch handeln, sondern in diesem Kraft zu bleiben, in diesem Leichtigkeit bleiben, in diesem Vorhaben, in diesem Plan, in dieser Idee bleiben. Und Pluto und Lilith vermittelt, noch zurückblicken, etwas noch überprüfen und dann erst aktiv zu sein. Das ist die Energie des Tages. Und wie wirkt es in einzelnen Tierkreis zeichnen? Aber bevor ich beginne, ich habe das fast vergessen, die Halbedelsteine, das möchte ich auch vermitteln in Tageshoroskopen, weil ich möchte immer mehr vermitteln, wie wichtig ist der Mondeinfluss, weil Mond hat einen Einfluss auf unseren Alltag, auch auf unseren Gefühlen. Und Mond hat sehr viel Kraft. Und diese Kraft beeinflusst auf unserem Gefühlszustand. Mond wirkt eher auf unsere Emotionen. Und weil wir vor einem Neuanfang stehen und weil wir noch zurückblicken sollen, vielleicht die Gefahren erkennen oder etwas, was uns noch stört, brauchen wir Schutz. Und dafür empfehle ich die Halbedelsteintürkis. Die Türkis ist ganz beliebt als Schutzstein. Auch bei Indianern, auch bei Ägypter wurde als Amulett getragen, weil Türkis schützt. Und Türkis beeinflusst auch unsere Wahrnehmung, dass wir die Gefahren erkennen. Gefahren, was noch kommen. Nicht nur das, sondern Türkis lässt auch erkennen, die Ursache an etwas. Das wird auf die Quelle erkennen, woher kommt das alles. Oder Ursache an Erkrankungen. Warum ist es so? Und dass diese Wahrnehmung stärkt die Halbedelsteintürkis. Und das ist ein ganz berühmter Schutzstein und schützt uns von Gefahren. Haben wir eine andere Wahrnehmung. Wir spüren das auch und gibt uns Kraft, auch Lebenskraft. Wir sollen Türkis einmal im Monat entladen mit Hämatit. Das heißt, Türkis und Hämatit in eine Schüssel legen, ganze Nacht so stehen lassen. Dann ist Türkis entladen. Wir können noch zusätzlich mit fließendem Wasser abspülen und mit Mondenergie aufladen. Nicht mit Sonnenkraft, sonst verliert die Farbe, sondern mit Mondenergie. Und immer darauf achten, wo bewegt sich der Mond, welchen Themen können wir nützen. Und bei Jungfrau ist natürlich die Reinigung und auch die Gesundheit. Bei Jungfrau geht es auch um Ordnung. Bei Waage geht es um Partnerschaft oder Selbstständigkeit oder Kunst, Kreativität. Oder wenn wir etwas in Harmonie bringen möchten oder ein Gespräch führen und etwas klären, natürlich das ist auch Jungfrau und Waage Mut eignet sich dafür. Und wie wirkt das auf den einzelnen Tierkreis zeichnen? Die Tierkreis zeichnen Zwillingsgeborene, verspüren die Kraft. Sie haben tolle Ideen. Es kommt auch etwas in Bewegung. Und sie bringen auch das im Vordergrund. Sie bringen das ins Licht. Und es wird auch wahrgenommen, weil die Zwillingsgeborenen bekommen dann Anerkennung. Aber noch zurückblicken, was stört noch da, noch aufräumen und erst dann handeln, also auch vernünftig sein. Die Tierkreis zeichnen Krebsgeborenen, ist ein wichtiges Thema, liebe Partnerschaft. Und jetzt stabilisiert sich etwas. Es ist ein Saturn-Einfluss da. Und wichtig ist, dass ganz genau wahrnehmen die liebe Partnerschaft. Ist das der richtige? Dann bitte darum kümmern, dass das eine feste Partnerschaft führt. Oder wenn das nicht die richtige Partner oder Partnerin ist, dann ist es besser, das zu beenden. Loslassen, befreien davon, damit etwas Neues kommen kann. Aber hier wird die liebe Partnerschaft sehr ernst genommen. Und das spüren die Krebsgeborenen, das spüren die Steinbockgeborenen. Saturn will hier Ordnung. Und das ist das Thema, liebe Partnerschaft, bei beiden Tierkreiszeichen. Bei Rückläufigkeit kann auch bedeuten, jetzt nicht Venus ist rückläufig, sondern Saturn ist rückläufig. Und das kann natürlich auch bedeuten, eine Liebe kehrt zurück in die Vergangenheit. Und das ordnet man, ist das die Richtige, ist das nicht die Richtige. Und so kommt das alles in Form. Die Tierkreiszeichner Löwengeborenen haben sehr viel Aufgabe oder haben das Gefühl, es kommt eine neue Aufgabe und sie bestimmen gerade die Richtung. Aber momentan ist alles zu viel und die Löwengeborenen fühlen sich erschöpft und müde. Und sie brauchen die Ruhe, ein gewisser Rückzug. Und das ist die Zuhause, dass sie zur Ruhe kommen, dass sie Kraft haben und konzentriert in dieser Kraft bleiben, weil es gerade leicht, die Löwengeborenen aus dem Gleichgewicht zu bringen. Aber sie spüren die Leichtigkeit, trotzdem darauf achten, dass diese Ruhe da ist, damit sie in Kraft bleiben. Die Tierkreiszeichner Jungfraugeborenen haben Glück in die Liebe Partnerschaft. Sie verspüren eine Art schöpferische Energie. Sie werden diese schöpferische Kraft umsetzen, entweder in Richtung Berufung oder Hobby. Bei vielen Jungfraugeborenen spielt die Kinder auch eine Rolle. Vielleicht in Schwangerschaft oder eine oder andere wird Oma gerade sein. Also die Kinder haben auch gerade einen Einfluss oder Thema Kinder. Thema Kinder bei vielen Jungfraugeborenen. Die Gespräche, sie werden ein Geheimnis erfahren. Vielleicht ist die Geheimnis, dass sie Oma werden oder kommt zu einer Schwangerschaft. Kann auch noch ein Geheimnis sein. Das ist auch möglich. Aber anderen Themen ist natürlich auch möglich, die Gespräche zu führen, weil die Jungfrau geboren wird, dann etwas erfahren. Und das ist ein großes Geheimnis. Die Tierkreiszeichnen Wagen geboren ist wichtiges Thema, die Beruf und die Berufung. Da kommt auch einiges in Bewegung und sie möchten sich etwas beruflich verbessern. Die Kraft ist da, die Möglichkeiten sind da, kommt mehr Klarheit und auch Chancenmöglichkeiten. Die Tierkreiszeichnen Skorpion geboren ist wichtig, liebe Partnerschaft und es kommt auch im Fluss. Und es wird traumhaft schön sein. Vielleicht nicht heute, weil da sind die Skorpiongeborenen noch zu unsicher oder sie zweifeln noch daran oder haben Angst davon. Aber ein bisschen Geduld noch, das kommt schon in Bewegung, kommt auch im Fluss. Aber die berufliche Situation ist auch sehr wichtig und die Gespräche, das möchte ich auch erwähnen. Nicht nur warten, bis eine Nachricht kommt, sondern es ist jemand da, wo Erwartungen hat und wartet darauf, dass die Skorpiongeborenen kommunizieren. Sondern das ist auch wichtig, weil das spiegelt etwas für die Skorpiongeborenen, auch für die Skorpiongeborenen, das nur ein Geheimnis ist. Und sie ahnen das nicht, dass die andere auf eine Nachricht wartet, sondern das ist wirklich gut, damit bewusst das auch wahrnehmen, wie wichtig das ist, kommunizieren miteinander. Und das kann ich vermitteln für die Skorpiongeborenen, dass sie sollen den Kontakt mit jemandem aufnehmen, weil diesen Gespräch, dieser Kontakt hat eine Wichtigkeit. Die Tilgrei zeichnen, schützen Geborenen ist wichtig, die Liebe, Partnerschaft. Sie fühlen sich zwar unsicher, was die Gefühle betrifft, aber es kommt immer mehr Klarheit, mehr Orientierung. Nicht nur in die Liebe, Partnerschaft, sondern auch beruflich. Und die Schützengeborenen haben tolle Ideen, haben Kraft und sie werden das auch bewältigen und Erfolg haben. Die Tilgrei zeichnen, Steinbockgeborenen, das ist etwas Spezielles. Hier sind die Sehnsüchte und Wünsche, das auch ernst nehmen, aber noch zurückschauen in die Vergangenheit. Was stört, was sollte man verabschieden, von was sollte man trennen? Es ist auch möglich, dass jemand zurückkehrt von der Vergangenheit und sucht die Versöhnung, das Abwägen. Ist es richtig, ist es nicht? Sollten die Partnerschaft befestigen oder ist es besser, davon wirklich endgültig beenden und etwas Neues beginnen? Also Liebe, Partnerschaft ist sehr wichtig, Vergangenheit ist auch sehr wichtig, die Sehnsüchte sind auch sehr, sehr wichtig und von etwas verabschieden, loslassen, das vermittelt auch Pluto hier. Oft sind das Gefühle wie Angst und Zweifel. Die Tilgrei zeichnen, Wassermanngeborenen, haben eine ganz tolle Energie, Kraft und Mut, Möglichkeiten, Chancen, Klarheit, Orientierung, bewegt sich auch einiges. Sie spüren auch die Leidigkeit, sie haben auch tolle Ideen und das können sie umsetzen im Tat und das sind Möglichkeiten, berufliche Chancen, berufliche Möglichkeiten. Die Tilgrei zeichnen, Fischen geboren, haben Visionen und Träume und das sollen sie auch verwirklichen und das ist eine fließende Energie. Also sie haben wirklich Glück und Glück auch in die Liebe, Partnerschaft, auch schönen Gesprächen, aber die inneren Zweifel, das ist das einzige Hindernis. Also wichtig ist, die Zweifel überwinden und im inneren Gleichgewicht bleiben, dann kommt es alles im Fluss, kommt auch die Bestätigung, weil von außen kommen schöne Energie auf die Fischengeborenen. Die Tilgrei zeichnen, Wiedergeborenen, ist ein Heilprozess da, es wird genau gespürt, wo noch weh tut, aber kommt auch eine Heilung. Die Kraft ist da, die Mut ist da, ist auch ein beruflicher Aufstieg und auch Anerkennung. Also jetzt geht alles voran und bewegt sich einiges bei den Wiedergeborenen. Die Tilgrei zeichnen, Stiergeborenen brauchen noch die Ruhe, die Zurückgezogenheit, eher schweigen, abwarten, ein Nachricht kommt. Und sie werden wichtige Geheimnisse erfahren und in die Liebe, Partnerschaft, haben die Stiergeborenen auch Glück. Und das war mein Tageshoroskop und ich möchte noch die Blitzberatungen erwähnen, was ist es und wie funktioniert es. Es sind E-Mails-Beratungen und meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung.denderasusannamedici.com Das heißt, sie schreiben mir ein E-Mail, stellen ihren Fragen und ich beantworte diese E-Mails blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.